Final Cut Pro für Einsteiger, für Leute, die nichts wissen. Das Ziel dieses Videos ist es, sie in die Lage zu versetzen, heute Videos zu erstellen und zu exportieren. Ich gehe davon aus, dass Sie wenig bis gar nichts über Final Cut Pro wissen. Dieses Video behandelt die folgenden Themen. Einrichten von Final Cut Pro Ich gebe einen Überblick über die Benutzeroberfläche von Final Cut Pro. Ich zeige, wie man eine Bibliothek, ein Ereignis und ein Projekt erstellt und verwendet. Ich zeige, wie man die Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten eines Videos verwendet. Was Sie über Drag & Drop wissen müssen. Ich zeige, wie man Übergänge und Effekte verwendet. Ich zeige, wie man Einblendungen, Ausblendungen und Überblendungen mit Bildern, Video und Ton erstellt und verwendet. Ich zeige, wie man Photoshop Elemente verwendet, um Bilder anzupassen, die in Final Cut Pro verwendet werden können. Ich zeige, wie man einen Zoom-In und einen Zoom-Out erstellt. Ich zeige, wie man eine Gliederung um ein Thema herum erstellt. Ich zeige, wie man ein Plugin in Final Cut Pro installiert. Ich zeige, wie man ein Video exportiert. Bevor wir loslegen, sollten Sie wissen, dass Sie eine externe Festplatte benötigen. Warum? Wenn Final Cut Pro ihr Video erstellt, werden im Hintergrund auch viele Dateien erstellt. Diese Dateien nehmen eine Menge Speicherplatz in Anspruch. Ein Beispiel. Ich habe dieses kurze 5-minütige Video erstellt. Die Größe dieses Videos beträgt nur 150 MB. Final Cut Pro hat jedoch etwa 9 GB an zusätzlichen Medien erstellt. Daher sollten Sie diese Dateien auf einer externen Festplatte speichern. Kaufen Sie keine externe Festplatte. Warum? Einige externe Festplatten schalten sich selbst ab, um Strom zu sparen. Das verursacht Probleme mit Final Cut Pro. Dann müssen Sie Ihren Computer neu starten, um die Festplatte wieder einzuschalten. Ich verwende diese externe Festplatte. Sie schaltet sich zwar selbst aus, aber sie erlaubt Final Cut Pro, sie wieder einzuschalten. So muss ich meinen Computer nicht neu starten, um sie wieder einzuschalten. Nehmen Sie nicht irgendeinen Hub, um Ihre externe Festplatte anzuschließen. Dieser Hub benötigt eine externe Stromquelle, um eine externe Festplatte zu betreiben. Damit will ich nicht sagen, dass der Hub nicht gut ist. Ich sage nur, dass Sie in der Produktbeschreibung hätten erwähnen sollen, dass Sie eine externe Stromquelle benötigen, um eine externe Festplatte zu betreiben. Dies ist der USB-Hub, den ich für den Anschluss meiner externen Festplatten verwende. Mein Partnerschaftslink zu diesen Produkten ist in der Beschreibung unten. Einrichten von Final Cut Pro Bevor Sie Final Cut Pro verwenden können, müssen Sie es konfigurieren oder einrichten. Gehen Sie nach oben und dann zu den Einstellungen. Auf der Registerkarte Allgemein können Sie diese Einstellung beibehalten. Auf der Registerkarte Bearbeiten können Sie diese Einstellung beibehalten. Auf der Registerkarte Wiedergabe finden Sie unter Rendering den Punkt Hintergrund Rendering. Wenn Sie einen langsamen oder alten Computer haben, müssen Sie dies möglicherweise ausschalten. Der Rest ist für die weitergehende Bearbeitung. Auf der Registerkarte Importieren steht bei Dateien in Bibliotheks Speicherort Kopieren. Das bedeutet, dass Final Cut Pro eine Kopie aller Videos, Töne und Bilder erstellt und diese Kopien in die Mediathek legt. Auf Bibliotheken werde ich später noch genauer eingehen. Dort, wo es heißt, Dateien an Ort und Stelle belassen. Das bedeutet, dass Final Cut Pro keine doppelte Kopie aller Videos, Töne und Bilder anlegt. Stattdessen wird auf diese Dateien verwiesen. Auf diese Weise wird Speicherplatz auf der Festplatte gespart. Auf der Registerkarte Ziel können Sie Final Cut Pro mitteilen, ob Sie eine DVD, ein Video für YouTube und so weiter erstellen möchten. Wenn Sie ein Video für YouTube erstellen, verwenden Sie nicht die Option YouTube und Facebook. Denn bei dieser Option ist die Auflösung gering. Daher erzeugt diese Option ein lausiges oder qualitativ schlechtes Video. Sie sollten immer die Exportdatei verwenden. Das Format sollte sein, für Computer. Der Videocodec sollte, H264 sein. Und die Auflösung sollte 1920x1080 oder höher sein. Außerdem sollten alle Ihre Standbilder eine Auflösung von 1920x1080 oder höher haben. Wenn Sie mit einer niedrigeren Auflösung beginnen und dann versuchen, die Auflösung zu erhöhen, wird dies in den meisten Fällen nicht funktionieren. Wenn Sie mit einer hohen Auflösung beginnen und dann versuchen, die Auflösung zu verringern, wird dies in den meisten Fällen funktionieren. Benutzeroberfläche Beginnen wir mit einem allgemeinen Überblick über die Benutzeroberfläche von FinalCAD Pro. Dies ist die Zeitleiste. Hier stellen Sie Ihr Video zusammen oder bearbeiten es. Hier fügen Sie Videoclips, Standbilder und Ton hinzu und ordnen sie an, um Ihr Video zu erstellen. Dies ist der Browser. Hier können Sie einzelne Videoclips, einzelne Standbilder und einzelne Töne ansehen, bevor Sie sie zur Zeitleiste hinzufügen. Dies ist der Viewer. Damit können Sie die Zeitleiste anzeigen und einzelne Videoclips, einzelne Standbilder und einzelnen Ton anzeigen. Dies ist der Inspektor. Hier können Sie Änderungen an einzelnen Videoclips, einzelnen Standbildern und einzelnen Tönen vornehmen. Sie können beispielsweise den Ton eines Audioclips erhöhen, die Größe eines Clips vergrößern und vieles mehr. Dies ist die Seitenleiste. Hier können Sie Ihre Bibliotheken, Ereignisse, Projekte und alle Medien organisieren und verwalten. Hier können Sie einzelne Videoclips, einzelne Bilder und einzelnen Ton organisieren und verwalten. Bibliothek, Veranstaltung und Projekt Zu Beginn müssen Sie zunächst eine neue Bibliothek, dann ein neues Ereignis und schließlich ein neues Projekt erstellen. Auf diese Weise organisieren Sie alle Bilder, Töne und Videos, die Sie für die Erstellung Ihres Videos verwenden werden. Und um alle Inversionen Ihres Videos zu organisieren. Bibliothek In der Bibliothek wird alles gespeichert, was Ihr Video betrifft. Sie speichert alle Videoclips, Bilder, Ton, Übergänge und Effekte. Also alle Medien. Hier sehen Sie, wie eine Bibliothek aussieht. Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Paketinhalt anzeigen klicken, wird es geöffnet. Sie sehen dann entweder eine Kopie aller Medien oder eine Kopie der Referenzdateien zu allen Medien. Gehen Sie nun zu einer neuen Bibliothek. Ich werde die Bibliothek dort nennen und sie in einem Ordner mit dem Namen Tod speichern. Jetzt, ich muss den Speicherort ändern. Ich muss sicherstellen, dass die Renderdateien auf der externen Festplatte gespeichert werden. Klicken Sie auf der rechten Seite, wo Speicherort steht, auf Speicherort ändern. Der Ort, den Sie immer ändern sollten, ist der Cache. Sie möchten sicherstellen, dass die Cache-Dateien auf der externen Festplatte gespeichert werden. Bei den Cache-Dateien handelt es sich um die Renderings und andere Dateien, die Final Cut Pro erstellt. Veranstaltung In das Ereignis importieren Sie alle Ihre Videos, Bilder umtöne und organisieren sie. Ich werde das Ereignis dort nennen und es in die Bibliothek dort einfügen. Auf diese Weise werden alle Medien, die ich importiere, direkt mit dem Bibliotheksnamen Tod verknüpft oder darin gespeichert. Jetzt habe ich drei Ordner. Einer heißt Video, in dem ich nur Videoclips habe. Einer heißt Ton, in dem sich nur Tonclips befinden. Ein Ordner heißt Bilder und enthält nur Standbilder. Denken Sie daran, dass jedes Bild 19,20 mal 10,80 groß sein sollte. Kehren wir nun zu Final Cut Pro zurück. Zunächst klicke ich auf das Ereignis, unter dem die Dateien gespeichert werden sollen. Gehen Sie nach oben und klicken Sie unter der Registerkarte Datei auf Importieren und dann auf Medien. Ich werde nun alle drei Ordner auswählen. Wie Sie sehen, hat Final Cut Pro alle drei Ordner mit ihren Bezeichnungen importiert und unter dem Ereignis dort abgelegt. Kommen wir nun zum Sound des Ereignisnamens. Wenn Sie auf eine der Tondateien klicken und dann im Viewer auf Abspülen klicken, hören Sie den Ton. Ich werde etwa 20 Sekunden abspielen. Ich habe nur 10 Minuten gebraucht, um dieses Lied zu erstellen. Ich werde den ganzen 1-minütigen Song am Ende dieses Videos abspielen. Ich werde ein Video mit dem Titel Wie man Musik macht für Leute machen, die 100% nichts über Musik wissen. Wenn ich sage 100% nichts. Ich meine, dass das Einzige, was du weißt, ist, wie man Musik hört. Ich werde das Einzige, was du weißt, ist, wie man Musik hört. Der musikalische Starter ist von Nikos Media Pack. Ich werde einen Link in die Beschreibung unten setzen. Wenn der Ton nicht laut genug ist, können Sie zum Inspektor gehen und die Lautstärke einstellen. Sie können auch die Lautstärke aller Soundclips gleichzeitig einstellen. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle neben einer der Tondateien. Als nächstes auf den Clip, aber außerhalb des Clips. Klicken Sie dann oben auf der Registerkarte Bearbeiten auf Alle auswählen. Wenn ich jetzt eine Zahl eingebe, zum Beispiel 6, dann wird die Lautstärke für alle Soundclips auf 6 eingestellt. Das Projekt ist die Timeline, also die endgültige Version Ihres Videos. Es teilt Final Cut Pro auch die Attribute Ihres Videos mit. Ich werde das Projekt dort nennen und es in das Ereignis Namens dort einfügen. Ich werde auch Final Cut Pro mitteilen, dass das Format des Videos 1080p ist. 1080p ist gut für YouTube und Websites. Wenn Sie eine DVD erstellen, werden Sie ein anderes Format verwenden. Ich werde in diesem Video nicht auf die Erstellung einer DVD eingehen. Ich werde nur sagen, dass 10ETP mit einer Auflösung von 1920x10ET eine Option ist, die auch für die Erstellung von DVDs verwendet werden kann. Es ist also eine gute allgemeine Option. Das ist richtig. Sie wollen eine Auflösung von 1920x1080 mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde. Wenn Sie ein Zeitlupen- oder Zeitreffer-Video machen, müssen Sie Ihr Video mit 60 Bildern pro Sekunde filmen. Die meisten Kameras und Handys filmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Ich werde in diesem Video nicht darauf eingehen, wie Sie Ihre Kamera oder Ihr Handy zum Filmen von Videos einsetzen. Werkzeuge Final Cut Pro verfügt über eine Vielzahl von Werkzeugen. Früher brauchte ich eine Stunde für den Schnitt, aber da ich jetzt so viele Werkzeuge von Final Cut Pro kenne, brauche ich nur nach 15 Minuten. Ich werde nicht auf alle Werkzeuge eingehen. Ich werde nur die Werkzeuge besprechen, die Sie für den Anfang brauchen. Denken Sie daran, dass dieses Video für Anfänger gedacht ist. Bevor wir beginnen, lassen Sie uns einige Clips in die Zeitleiste verschieben, damit wir etwas zum Arbeiten haben. Einige dieser Clips sind über 15 Jahre alt. Das sind alles nur zufällige Clips, die ich für andere Videos verwendet habe. Wie Sie sehen können, funktioniert das Ganze per Drag & Drop. Final Cut Pro legt jedoch nur die Teile des Clips ab, die sich innerhalb der gelben Linien befinden. Wenn ein Teil des gewünschten Clips nicht per Drag & Drop in die Timeline gezogen werden konnte, können Sie in der Timeline Anpassungen vornehmen. Hier können Sie Übergänge zu Clips hinzufügen. Wie Sie sehen können, haben Sie eine Sammlung von verschiedenen Übergängen. Zum Beispiel Ein- und Ausblenden. Ich werde die Übergänge im Abschnitt Einblenden, Ausblenden und Querüberblendung besprechen. Hier können Sie den Clips Effekte hinzufügen. Wie Sie sehen können, haben Sie eine Sammlung verschiedener Effekte. Sie fügen einen Effekt direkt in den Clip ein. Wie gezeigt. Um einen Effekt zu entfernen, gehen Sie oben auf die Registerkarte Bearbeiten, wo Sie Effekt entfernen sehen. Wenn Sie auf den Effekt klicken und die Maus darüber bewegen, sehen Sie außerdem eine Vorschau, wie der Effekt aussehen wird, wenn Sie ihn dem Clip hinzufügen. Mit diesem Symbol können Sie die Größe der Zeitleiste ändern, sodass Sie besser sehen können, was Sie gerade tun. Sie können Sie auch oben auf der Registerkarte Ansicht aktivieren und den Zoom aktivieren, um die Zeitleiste zu vergrößern oder zu verkleinern. Ich persönlich verwende jedoch die Befehle Plus oder Minus, um die Größe der Zeitleiste zu ändern. Um Clips ein wenig nach links zu verschieben, verwenden Sie die Komma-Taste. Um Clips ein wenig nach rechts zu verschieben, verwenden Sie die Punkt-Taste. Möglicherweise müssen Sie jedoch die Ansicht vergrößern, um diese Tastenkombination verwenden zu können. Oben auf der Registerkarte Trimmen können Sie jedoch nach links stopsen und nach rechts stopsen verwenden. Außerdem können Sie mit der rechten Maustaste zusätzliche Werkzeuge und Funktionen aufrufen. Dies ist die Snap-Taste. Wenn sie aktiviert ist, können Sie damit einzelne Clips aufstellen. Die gelbe Linie zeigt Ihnen an, wann die Clips in Reihe geschaltet sind. Ich persönlich lasse diese Funktion immer aktiviert. Dieses Symbol schaltet alle Töne stumm. Dies ist das Überfliegen. Es ermöglicht Ihnen, einzelne Clips im Browser oder in der Zeitleiste zu überfliegen, ohne den Abspielkopf bewegen zu müssen. Wenn ich mit der Maus über die einzelnen Clips fahre, wird angezeigt, was in den Clips enthalten ist, wie Sie sehen können. Ich persönlich benutze diese Funktion nur, wenn ich sie brauche. Es kann die Bearbeitung unübersichtlich machen. Dies sind die Werkzeuge, die Sie verwenden werden. Die Werkzeuge, die Sie am häufigsten verwenden werden, sind Auswählen, Trimmen, Positionieren und Klinge. Mit dem Auswahlwerkzeug können Sie einen Clip kürzen oder verlängern, ohne die anderen Clips zu beeinflussen. Wenn Sie jedoch die Auswahlwerkzeuge mit Standbildern oder einem verkürzten Videoclip verwenden, fügt das Werkzeugrahmen hinzu, was dazu führt, dass alle anderen Clips nach rechts oder links verschoben werden. Wenn das passiert, wenn dieses Steuerelement auftaucht, doppelklicken Sie einfach hier in der Mitte, und es verschwindet. Ich halte dies für ein fortgeschrittenes Bearbeitungswerkzeug, aber dieses Werkzeug wird auftauchen. Dieses Video ist für Anfänger. Mit dem Trimmwerkzeug wird ein Clip länger, während der andere verbundene Clip kürzer wird. Das Positionswerkzeug ändert die Länge eines Clips und fügt gleichzeitig einen leeren Clip ein. Es wirkt sich nur auf einen Clip aus. Die anderen Clips sind davon nicht betroffen. Wenn Sie den leeren Clip loswerden wollen, drücken Sie die Rücktaste auf der Tastatur. Die Lösch-Taste auf der Tastatur löscht den Clip, während gleichzeitig ein leerer Clip eingefügt wird. Wenn Sie einen leeren Clip einfügen möchten, drücken Sie Option und dann W. Das Klingenwerkzeug schneidet den Clip in zwei Hälften. Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, schneidet das Messerwerkzeug die gesamte Zeitleiste in zwei Hälften. Mit dieser Schaltfläche wird der aktuelle Clip in der Timeline durch den zuletzt ausgewählten Clip ersetzt. Diese Schaltfläche fügt den zuletzt ausgewählten Clip ein und platziert ihn am Ende der Timeline. Diese Schaltfläche fügt den zuletzt ausgewählten Clip an der Stelle ein, an der sich der Abspielkopf befindet. Diese Schaltfläche fügt den zuletzt ausgewählten Clip ein und setzt ihn an die erste Stelle. Oben, unter der Registerkarte bearbeiten, wo es heißt, aus der Storyline heben, wird der ausgewählte Clip ebenfalls an den Anfang verschoben. Sie können die Position eines Bildes oder Videos ändern. Klicken Sie im Viewer mit der rechten Maustaste und wählen Sie Transformieren. Mit Transformieren können Sie den Clip an eine beliebige Position verschieben. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, klicken Sie oben auf Zurücksetzen. Um die Größe eines Clips zu ändern, gehen Sie zum Inspektor und klicken Sie auf Skalieren. Im Inspektor auf der rechten Seite eines jeden Steuerelements können Sie es auf die ursprüngliche Größe und Position zurücksetzen. Wählen Sie Zuschneiden. Durch das Zuschneiden werden Teile des Videos oder Bildes abgeschnitten. Sie können auch mit der rechten Maustaste in den Viewer klicken und den Clip manuell zuschneiden. Rückgängig machen Jeder weiß, dass das wichtigste Werkzeug die Rückgängig-Taste ist. Es gibt jedoch verschiedene Schaltflächen zum Rückgängig machen in Final Cut Pro und sie hängen von dem Werkzeug ab, das Sie verwenden. Oben, unter Bearbeiten, sehen Sie rückgängig. Im Inspektor hat jedes Steuerelement ganz rechts eine Reset-Taste. Eine andere Methode besteht darin, den Befehl gedrückt zu halten und gleichzeitig Z zu drücken. Dies ist die schnellste Methode. Wenn Sie einem Bild oder Video einen Effekt hinzugefügt haben, drücken Sie oben unter Bearbeiten auf Effekte entfernen. Titel Finale Cut Pro wird mit vielen Titeln geliefert. Gehen Sie nach oben und klicken Sie auf die Schaltfläche Titel und Generator. Wie Sie sehen können, sind alle Titel in Kategorien eingeteilt. Wenn Sie jedoch auf das Titel-Symbol klicken, werden Ihnen alle Titel angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über den Titel fahren, erhalten Sie eine Vorschau auf die Funktion. Lassen Sie uns nun einen Basistitel erstellen. Blättern Sie nach unten, bis Sie den Basistitel finden. Ziehen Sie diesen Titel auf die Zeitleiste und legen Sie ihn dort ab. Verwenden Sie nun die Bearbeitungswerkzeuge, um den Titel wie einen Clip zu erweitern. Klicken Sie im Inspektor oben auf das zweite Symbol. Gehen Sie zu der Stelle, wo Text steht, und geben Sie den gewünschten Text ein. Ich werde dort eingeben und die Größe des Textes erhöhen. Gehen Sie nun zu dem Steuerelement mit der Bezeichnung Gesicht auf der rechten Seite. Klicken Sie auf Anzeigen, um das Steuerelement zu öffnen, und ändern Sie die Farbe des Textes. Um einen Titel an eine neue Position zu verschieben, klicken Sie auf den Titel, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie ihn an die gewünschte Stelle. Einige Titel sind so klein, dass Sie die Zeitleiste vergrößern müssen, um Anpassungen vorzunehmen. Verwenden Sie die Befehlstaste und die Plus-Taste, um in die Zeitleiste zu zoomen. Machen wir das gleiche für den grundlegenden Titel am unteren Drittel. Wie Sie sehen können, befindet er sich am unteren Drittel des Bildschirms. Sie können jeden Teil dieses Titels zusammen oder einzeln verschieben. Mit Titeln kann man eine Menge anstellen. Aufblendung, Abblendung und Überblendung Der am häufigsten verwendete Übergang ist die Überblendung, der Sie damit eine Einblendung, eine Ausblendung und eine Überblendungsüberblendung erstellen können. Mit Final Cut Pro können Sie jedes Video, jedes Bild und jeden Ton ein- und ausblenden und überblenden. Mit den Bearbeitungswerkzeugen können Sie die Querüberblendung eines Clips anpassen. Klicken Sie auf die Querüberblendung und Sie können sie vergrößern oder verkleinern. Sie brauchen nur darauf zu klicken und es an die gewünschte Stelle zu ziehen und abzulegen. Wie Sie sehen können, habe ich eine Überblendung zwischen zwei Clips und eine Ausblendung in einem anderen Clip eingefügt. Klicken Sie nun auf die Befehlstaste auf der Tastatur und halten Sie die Plus-Taste gedrückt, um die Zeitleiste zu vergrößern. Damit eine Überblendung oder eine Kreuzüberblendung funktioniert, werden zusätzliche Frames benötigt. Daher müssen Sie die Clips möglicherweise verkleinern, damit Sie die zusätzlichen Frames erhalten. Ziehen Sie nun die Kreuzauflösung auf den Titel und legen Sie sie dort ab. Jetzt haben Sie eine Einblendung und eine Ausblendung. Ton Alles, was wir mit den Videos und Bildern in Bezug auf Einblenden, Ausblenden und Überblenden gemacht haben, können wir auch mit Ton machen. Außerdem gibt es ein paar zusätzliche Funktionen für die Arbeit mit Ton. Damit jede Art von Überblendung funktioniert, werden zusätzliche Bilder benötigt. Deshalb werde ich die Soundclips um ein paar Frames kürzen. Vergessen Sie nicht, dass Sie möglicherweise die Zeitleiste vergrößern müssen, um Anpassungen vorzunehmen. Ton-Kai-Frames Fügen wir nun ein paar Kai-Frames zu einem Audioclip hinzu. Um einen Kai-Frame hinzuzufügen, klicken Sie auf den Ton. Wählen Sie dann oben unter Ändern den Befehl Kai-Frame zum ausgewählten Effekt hinzufügen. Sie können auch den Befehl K verwenden. Ich werde vier Kai-Frame-Punkte hinzufügen. Jetzt werde ich jeden Kai-Frame-Punkt so verschieben, dass der Ton an und an den Befehl Kau-Kai-Frame-Punkte hinzufügen. Ausgeblendet wird. Ausgeblendet wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Ausgeblendet. Ausgeblendet wird. Je näher ich die Punkte zueinander bewege, desto schneller wird die Überblendung. In diesem nächsten Beispiel verwende ich zwei separate Clips. Ein Clip wird ausgeblendet, der andere eingeblendet. Während also der linke Clip ausgeblendet wird, wird der rechte Clip eingeblendet. Genau wie bei Bildern und Videos können Sie auch Ton übereinander legen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Um einen Kaif-Rahmer zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und drücken Sie die Taste Löschen auf der Tastatur. Vergessen Sie nicht, dass Sie die Lautstärke mit den folgenden drei Methoden einstellen können. Klicken Sie auf den Ton und verschieben Sie den Tonbalken im Inspektor nach rechts oder links oder geben Sie eine Zahl ein. Klicken Sie auf den Ton und verschieben Sie die Tonleiste wie gezeigt nach unten oder oben. Klicken Sie auf den Ton, dann mit der rechten Maustaste, um weitere Steuerelemente zu öffnen, und wählen Sie Audio abtrennen. Klicken Sie nun unten auf den Ton und dann auf Ihre Tastatur auflöschen. Bilder und Fotos Wenn Sie ein Bild oder ein Foto verwenden, sollte die Auflösung oder Größe dem Video entsprechen. Bei HD-Videos beträgt die Auflösung bzw. Größe 1920x1080. Ich verwende häufig Standbilder, weil sie im Vergleich zu Videos einfacher zu bearbeiten sind. Ich verwende Photoshop Elements, um meine Bilder zu bearbeiten. Es kostet nur 80 Dollar. Früher habe ich das normale Photoshop verwendet, aber ich habe festgestellt, dass Photoshop Elements alles tut, was ich brauche. Außerdem muss ich kein monatliches Abonnement bezahlen. Gehen Sie in Photoshop Elements oben auf die Registerkarte Bild und klicken Sie auf Bildgröße ändern. Vergewissern Sie sich unten, dass der Befehl Proportionen einschränkender aktiviert ist. Dann ändern Sie die Breite auf 1920 und die Höhe auf 1080. Speichern Sie das Bild dann als BNG-Datei. Bild mit transparentem Hintergrund Final Cut Pro bietet eine Vielzahl von Titeln und Generatoren. Manche benötigen jedoch mehr als das, was Final Cut Pro bietet. Nehmen wir an, Sie möchten ein Bild mit einem transparenten Hintergrund erstellen. Sehen Sie sich das Bild mit dem Namen Pfad 1 an. Es hat einen transparenten Hintergrund. Das Bild wird angezeigt, wenn ich es anklicke. Wenn ich das Bild auf die Zeitleiste ziehe und ablege, können Sie sehen, dass es einen transparenten Hintergrund hat. Ich kann die Größe ändern und es an eine beliebige Stelle verschieben. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie ein Bild wie dieses in Photoshop Elements erstellen können. Gehen Sie nun auf Datei und klicken Sie auf leere Datei. Klicken Sie unter dem Befehl Dokument Typ auf Film und Video. Unter Größe, klicken Sie auf HDTV 1080p-29,97. Wie Sie sehen können, wurde die Auflösung 1920x1080 automatisch ausgefüllt. Stellen Sie sicher, dass der Hintergrundinhalt auf transparenten Hintergrund eingestellt ist. Klicken Sie dann auf OK. Gehen Sie nun nach oben und klicken Sie auf Neue Ebene. Wenn Sie möchten, können Sie der Ebene einen Namen geben. Klicken Sie dann auf OK. Alles in Photoshop wird mit Ebenen gemacht. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Anpassung vornehmen, müssen Sie also eine neue Ebene erstellen. Vergewissern Sie sich auf der linken Seite, dass die Farbe auf die gewünschte Farbe des Textes eingestellt ist. Gehen Sie dann auf die linke Seite und klicken Sie auf den Befehl Horizontale Werkzeuge. Halten Sie nun die Maustaste gedrückt und ziehen Sie sie, bis ein Kästchen erscheint. Geben Sie nun ein beliebiges Wort ein, zum Beispiel Dot. Im unteren Bereich können Sie Größe, Farbe, Schriftart und Position des Textes ändern. Wenn Sie auf den Befehl verschieben klicken, der sich oben befindet, können Sie den Text an eine beliebige Stelle verschieben. Um den transparenten Hintergrund beizubehalten, dürfen Sie das Bild nicht zusammenführen oder abflachen. Außerdem speichern Sie das Bild als BNG-Datei. Gehen Sie zur Datei, Speichern unter. Das BNG wird den transparenten Hintergrund beibehalten. Der nächste Teil ist nur ein Überblick über das, was sich bereits überprüft. Ich zeige Ihnen jedoch im Abschnitt Umriss eines Motivs, wie Sie sowohl mit Final Cut Pro als auch mit Photoshop Elements einen Umriss um ein Motiv erstellen können. Umriss um ein Motiv Klicken Sie nun auf das Ereignis mit der Bezeichnung Bilder, damit die Bilder beim Importieren in dieses Ereignis aufgenommen werden. Sie können das Symbol in der oberen linken Ecke verwenden, um das Bild in Final Cut Pro zu importieren. Ziehen Sie nun das Bild in die Zeitleiste und legen Sie es dort ab. Klicken Sie im Viewer mit der rechten Maustaste und wählen Sie Transformieren. Erinnern Sie sich, mit der Funktion Transformieren können Sie jedes Bild oder Video an eine beliebige Position verschieben. Im Inspektor können Sie den Maßstab erhöhen oder das Bild zuschneiden. Vergessen Sie nicht, dass Sie im Inspektor auf der rechten Seite eines Steuerelements dieses auf die ursprüngliche Größe und Position zurücksetzen können. Einsummen und Aussummen Es gibt viele Möglichkeiten, ein- und auszuzummen. Ich werde Ihnen nur die einfachsten Möglichkeiten zeigen. Denken Sie daran, dass dieses Video für Anfänger gedacht ist. Vergrößern und verkleinern Methode 1 Klicken Sie auf das Video oder Bild und erhöhen oder verringern Sie im Inspektor die Skalierung. Im Inspektor, auf der rechten Seite eines Steuerelements, können Sie es auf die ursprüngliche Größe und Position zurücksetzen. Vergrößern und verkleinern Methode 2 Klicken Sie auf einen Clip und verwenden Sie dann das Klingenwerkzeug, um den Clip an zwei Stellen zu schneiden. Kopieren Sie nun den ausgeschnittenen Teil. Fügen Sie den Clip ein, und verschieben Sie ihn nach oben, direkt über den ausgeschnittenen Clip. Verwenden Sie das Einrastwerkzeug, um sicherzustellen, dass die beiden Clips richtig ausgerichtet sind. Klicken Sie nun auf den unteren Clip und dann mit der rechten Maustaste, um weitere Werkzeuge anzuzeigen. Klicken Sie jetzt auf Deaktivieren. Sie möchten, dass der untere Clip deaktiviert wird, damit Sie die Anpassungen sehen können, die Sie am oberen Clip vornehmen werden. Klicken Sie auf den oberen Clip. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zusätzliche Werkzeuge anzuzeigen, und wählen Sie den Befehl Audio abtrennen, um das zusätzliche Audio unten zu löschen. Wenn Sie den zusätzlichen Ton nicht löschen, ist der Ton doppelt so laut. Klicken Sie auf den oberen Clip und stellen Sie sicher, dass sich der Abspielkopf über diesem Clip befindet. Vergrößern Sie im Inspektor auf der rechten Seite die Skalierung des oberen Clips. Schneiden Sie im Inspektor den Clip so zu, dass nur der Kopf der Person zu sehen ist. Klicken Sie auf den unteren Clip, dann mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Aktivieren, um den unteren Clip zu aktivieren. Klicken Sie nun auf den oberen Clip, dann auf den Betrachter und anschließend mit der rechten Maustaste, um weitere Werkzeuge anzuzeigen, und wählen Sie Transformieren. Verschieben Sie den Clip und nehmen Sie Anpassungen an der Größe und am Zuschnitt vor. Gehen Sie nach oben und stellen Sie die Ansicht auf 200 Prozent. Sehen Sie dieses kleine Kästchen. Damit können Sie den Clip an verschiedene Punkte verschieben. Wenn Sie auf das Prozent-Symbol klicken und die Pfeiltaste auf der Tastatur verwenden, können Sie Feineinstellungen vornehmen. Vielen Dank. Wenn Sie mit den Anpassungen fertig sind, gehen Sie nach oben und klicken Sie auf Anpassen. Lassen Sie uns nun eine Vorschau der Arbeit ansehen. Vergrößern und verkleinern Methode 3 Diese Methode wird als Can-Burns-Effekt bezeichnet. Klicken Sie auf den Clip, dann auf den Viewer und dann mit der rechten Maustaste, um weitere Werkzeuge anzuzeigen, und wählen Sie Zuschneiden. Klicken Sie dann auf Can-Burns. In der linken Ecke des Viewers sehen Sie Anfang und Ende. Verschieben Sie nun den Anfang nach oben, um ihn kürzer zu machen. Klicken Sie dann oben auf Fertig. Zeigen Sie nun eine Vorschau des Clips an. Sie werden sehen, dass das Bild verkleinert wird. Jetzt machen wir einen umgekehrten Can-Burns-Effekt. Klicken Sie auf denselben Clip, und klicken Sie oben links auf dieses Symbol. Klicken Sie dann oben auf Fertig. Zeigen Sie nun eine Vorschau des Clips an. Sie werden sehen, wie das Bild vergrößert wird. Lassen Sie uns den Clip auf seine ursprüngliche Einstellung zurücksetzen. Klicken Sie auf denselben Clip, und klicken Sie im Inspektor auf der rechten Seite neben dem Can-Burns-Steuerelement auf das Symbol zurücksetzen. Klicken Sie dann oben auf Fertig. Fügen Sie nun noch einmal den Effekt Can-Burns hinzu. Klicken Sie auf den Clip, dann auf den Viewer und dann mit der rechten Maustaste, um weitere Werkzeuge anzuzeigen, und wählen Sie Zuschneiden. Klicken Sie dann auf Can-Burns. Klicken Sie dann oben auf Fertig. Setzen Sie nun den Spielkopf in die Mitte des Clips. Nehmen Sie das Klingenwerkzeug und schneiden Sie den Clip in der Mitte durch. Klicken Sie auf den zweiten Clip, dann auf den Viewer und dann mit der rechten Maustaste, um weitere Werkzeuge anzuzeigen, und wählen Sie Zuschneiden. Klicken Sie dann auf Can-Burns. Und oben auf der linken Seite auf dieses Symbol. Klicken Sie dann oben auf Fertig. Zeigen Sie nun eine Vorschau des Clips ein. Der Clip sollte zunächst verkleinert und dann vergrößert werden. Sie können auch den Effekt Can-Burns verwenden, um nach rechts, links, oben oder in eine beliebige Richtung zu schwenken. Wenn Sie sich mein Video namens Happy Places anschaut, habe ich nur den Can-Burns-Effekt verwendet, um dieses Video zu erstellen. Ich werde einen Link zu dem Video in der Beschreibung unten hinterlassen. Gliederung um ein Thema Wenn Sie einen Umriss um ein Motiv zeichnen möchten, können Sie dies nur mit Apples Motion tun. Es gibt keine andere Möglichkeit, ohne eine Verzerrung innerhalb des Umrisses zu erzeugen. Wenn Sie Final Cut Pro mit Apple Motion verwenden, können Sie fast alles erstellen oder erreichen. Apple gibt Ihnen fast alles, was Sie brauchen. Sie müssen nur lernen, wie man sie in Verbindung miteinander benutzt. Viele finden es jedoch einfacher, sich einfacher ein Plugin zu besorgen. Alle Plugins für Final Cut Pro werden mit Apple Motion erstellt. Gliederung um ein Thema Kostenloses Plugin Zum Glück für uns hat der YouTube-Kanal Serge M ein kostenloses Motion-Plugin entwickelt, das wir in Final Cut Pro installieren können und das einen Umriss um ein Motiv erstellt. Ich werde einen Link zu seinem Video mit einem Link zu dem von ihm erstellten Final Cut Pro Plugin in der Beschreibung unten hinterlassen. Da er das Plugin erstellt hat, bin ich der Meinung, dass er die Anerkennung oder die Ansichten bekommen sollte. Daher werde ich meinem englischsprachigen Publikum nicht zeigen, wie man das Plugin verwendet. Für alle anderen werde ich zeigen, wie man dieses Plugin verwendet. Bitte sehen Sie sich sein Video über die Verwendung des Plugins N. Wie man ein Plugin installiert Ich muss Ihnen zeigen, wie Sie dieses Plugin in Final Cut Pro installieren. Apple veröffentlicht ständig Updates für Final Cut Pro. Jedes Mal, wenn Sie ein Update installieren, löscht Final Cut Pro die Plugins von Drittanbietern. Daher müssen Sie die meisten Drittanbieter-Plugins immer wieder neu installieren. Erstellen Sie zunächst einen Ordner und nennen Sie ihn Final Cut Pro Plugins. Erstellen Sie innerhalb dieses Ordners einen weiteren Ordner und benennen Sie ihn. Gehe in den Ordner Generator. Auf diese Weise wissen Sie, dass Sie diese Art von Plugins immer in den Generator-Ordner von Final Cut Pro legen müssen. In diesen Ordner entpacken Sie das Plugin. Das Plugin wird einen Ordner mit dem Namen des Plugins erstellen. Jedes Mal, wenn Sie ein Plugin neu installieren, sollten Sie den genauen Namen des Ordners des ursprünglichen Plugins verwenden. In diesem Fall lautet der Name des Original-Plugin-Ordners Betaschips. Auf diese Weise kann Final Cut Pro alle Funktionen des Plugins mit jedem Video verknüpfen, das Sie erstellt haben oder zu erstellen beginnen. Wenn Sie dies nicht tun, erhalten Sie eine rote Fehlermeldung, dass das Plugin nicht funktioniert. Dann müssen Sie die Funktionen des Plugins manuell neu verknüpfen. Der Pfad für die Installation des Plugins lautet wie folgt. Paket Inhalt anzeigen, dann Inhalt, dann Plugin, dann Medienanbieter, dann Bewegungseffekt, dann Inhalt, dann Ressourcen, dann Vorlagen und zuletzt Generatoren. Wechseln Sie nun auf Ihrem Desktop in den Anwendungsordner. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Final Cut Pro und dann auf Paket Inhalt anzeigen. Öffnen Sie nun den Inhalt, dann öffnen Sie das Plugin, dann Medienanbieter öffnen, dann Öffne den Bewegungseffekt, dann Öffnen Sie den Inhalt, dann Ressourcen öffnen, dann Öffnen Sie Vorlagen. Sie sollten Ordner mit den Namen Effekte, Titel, Generatoren und Übergänge sehen. Wenn Sie also in Zukunft Plugins erhalten, die ein Effekt, ein Titel, ein Generator oder ein Übergang sind, legen Sie hier eine Kopie des Plugin-Ordners ab. Das Plugin Betashapes ist ein Generator. Daher müssen wir eine Kopie des Ordners Betashapes in den Generatoren-Ordner von Final Cut Pro legen. Wenn Sie nicht wissen, ob es sich bei dem Plugin um einen Effekt, einen Titel, einen Generator oder einen Übergang handelt, öffnen Sie den Ordner des Plugins und sehen Sie sich die Erweiterung an. Öffnen Sie dann den Effekt, Titel, Generator oder Übergangsordner von Final Cut Pro und sehen Sie sich diese Erweiterungen an. Die Erweiterungen sollten übereinstimmen. Wenn Sie nicht übereinstimmen, wird das Plugin nicht in diesen Ordner aufgenommen. Öffnen Sie den Ordner Final Cut Pro Generators und fügen Sie eine Kopie des Ordners Betashapes hier ein. Wie Sie sehen können, fügen Sie hier eine Kopie des Plugin-Ordners Betashapes ein. Schließen Sie nun Final Cut Pro und öffnen Sie es erneut. Sie sollten das Plugin bessere Formen unter dem Abschnitt Titel und Generator in Final Cut Pro sehen. Wenn dies nicht funktioniert, duplizieren Sie einen Ordner im Generator-Ordner von Final Cut Pro. Löschen Sie dann den Inhalt des Ordners. Kopieren Sie dann den Inhalt des Plugin-Ordners und fügen Sie ihn in diesen Ordner ein. Geben Sie diesem Ordner dann denselben Namen wie dem Ordner des Plugins. Gliederung um ein Thema, bessere Formen. Gehen Sie in Final Cut Pro oben links in den Bereich Titel und Generator und klicken Sie auf Bessere Formen. Nehmen Sie nun das Rechteck und ziehen Sie es über dem Clip, für den Sie eine Kontur erstellen möchten. Stellen Sie sicher, dass dieser Generator ausgewählt ist. Im Inspektor gibt es oben vier Symbole. Klicken Sie auf den ersten Symbolbefehl. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn es heißt, ausfüllen. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Umriss aktiviert ist. Im Viewer sollten Sie einen Umriss sehen. Als nächstes ändern Sie die Farbe des Umrisses in eine beliebige Farbe, die der Umriss haben soll. Ich füge einen Clip hinzu und verschiebe den Generator zu diesem Clip, weil ich ein Motiv in diesem Clip umreißen möchte. Klicken Sie anschließend auf Pinzelfarbe, um weitere Steuerelemente für die Kontur anzuzeigen. Erhöhen Sie nun die Breite des Umrisses. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste in den Viewer und wählen Sie Transformieren. Bewegen Sie den Umriss in die Mitte des Motivs, das Sie umreißen möchten. Klicken Sie im Inspektor oben auf das zweite Befehlssymbol. Ändern Sie nun den Maßstab des Umrisses so, wie Sie ihn haben möchten. Wenn Sie versuchen, den Maßstab des Umrisses im Viewer zu ändern, wird der Umriss verzerrt. Sehen Sie, wie der obere und untere Teil des Umrisses dicker wird und die Seiten des Umrisses dünner werden. Aus diesem Grund können Sie die Kontur nicht nur verschieben, sondern müssen auch den Inspektor verwenden, um sie anzupassen. Umriss um ein Motiv, Photoshop-Element. Nun wollen wir mit Photoshop-Elementen eine Kontur erstellen. Wählen Sie zunächst auf der linken Seite eine Farbe aus, die Sie für den Umriss verwenden möchten. Klicken Sie dann auf der linken Seite auf das Werkzeug abgerundetes Rechteck. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie einen Rahmen um das Objekt, das Sie umreißen möchten. Klicken Sie unten auf Form-Form-Bereich subtrahieren. Halten Sie nun die Maustaste gedrückt und ziehen Sie einen Rahmen innerhalb des soeben erstellten Rahmens. Jetzt haben Sie den Umriss. Es braucht etwas Übung, also müssen Sie es vielleicht ein paar Mal machen, bis Sie es genau so haben, wie Sie es wollen. Gehen Sie nach oben und klicken Sie unter der Registerkarte Ebene auf Bild reduzieren, um es zu fixieren. Gehen Sie nun nach oben und wählen Sie unter der Registerkarte Bild die Option Größe ändern und dann Bildgröße. Vergewissern Sie sich, dass die Bildgröße 1920x1080 beträgt. Speichern Sie das Bild nun als BNG-Datei. Ein Video exportieren Bevor Sie die endgültige Version Ihres Videos für YouTube, Ihre Website oder eine DVD exportieren, müssen Sie es rendern. Durch das Rendern wird sichergestellt, dass Ihr Video korrekt wiedergegeben wird. Wenn die Zeitleiste diese weißen Punkte aufweist, muss Ihr Video gerendert werden. Um das Video zu rendern, gehen Sie nach oben und klicken Sie unter Ändern auf Alles Rendern. Das Rendern kann einige Zeit dauern. Um den Fortschritt des Renderns zu überprüfen, klicken Sie auf dieses Symbol oben. Daraufhin wird ein Fenster geöffnet, in dem angezeigt wird, welche Aufgabe Final Cut Pro zu erledigen hat. Zum Beispiel Transcodierung und Analyse, Rendering oder Freigabe. Freigeben bedeutet, dass Final Cut Pro Ihr Video erstellt. Wenn Final Cut Pro keine anderen Aufgaben zu erledigen hat, können Sie beim Rendern eines Videos einfach warten, bis sich dieses Symbol in ein Häkchen verwandelt. Wenn Sie ein Video für YouTube oder für Ihre Website erstellen möchten, gehen Sie oben unter Datei und klicken Sie auf Teilen. Und dann klicken Sie auf Datei exportieren. Oder gehen Sie oben rechts und klicken Sie auf das Symbol zum Teilen. Und dann klicken Sie auf Datei exportieren. Wenn Sie die Option YouTube und Facebook verwenden, wird Ihr Video nicht in HD sein und eine schlechte Qualität haben. Sie sollten immer die Exportdatei verwenden, um das Video für YouTube oder Ihre Website zu erstellen. Die Exportdatei wird Ihr Video in HD exportieren. Dadurch kann YouTube Ihr Video sowohl in Standard als auch in HD anzeigen. Unter der Registerkarte Einstellungen. Das Format sollte für Computer sein. Der Videokodex sollte H.264 sein. Und die Auflösung sollte 1920x1080 oder höher sein. Der Rest ist selbsterklärend. Wenn Sie ein Video exportieren, das auf YouTube oder Ihre Website abgespielt oder in eine DVD umgewandelt werden soll, zeigt Ihnen dieses Symbol an, wie viel Zeit noch verbleibt, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Ich habe nur einen Song erstellt, der als Demonstration für dieses Video dienen soll. Wenn ich das Video mit dem Titel Garageband für Anfänger erstelle. Für Leute, die nichts wissen. Dieses Video wird Ihnen zeigen, wie Sie Ihre eigene Musik erstellen können. Also Musik, die Ihnen gehört. Musik, die du für deine Videos verwenden kannst, lizenzfrei, oder verkaufen kannst. Ich hoffe, mein Song gefällt dir. Musik, die du für deine Videos verwenden kannst, lizenzfrei, oder verkaufen kannst. Musik, die du für deine Videos verwenden kannst, lizenzfrei, oder verkaufen kannst. Musik, die du für deine Videos verwenden 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 kannst. Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte klicken Sie auf Like, abonnieren oder hinterlassen Sie einen Kommentar. Danke!